was geht ab sportsfreunde und herzlich willkommen zurück hier im hamsterbau ich war in kroatien bin jetzt zurück wieder in deutschland und dann haben wir uns gedacht da da gönne ich mir gleich mal hier ein video auf das ich mich schon sehr gefreut habe und zwar haben der liebe fitness oscar aca oscar und die mandy sich gemeinsam ein haus gekauft die haben glaube ich länger irgendwie schon nach dem haus gesucht und so weiter und so fort die hatten ein haus im auge und dann ist das aber nicht geklappt und wie mit der finanzierung glaube ich irgendwie ist aber abgesprungen oder ich weiß es nicht mehr ganz genau auf jeden fall waren sie dann sehr sehr traurig jetzt haben sie ein neues haus gefunden und ich glaube sie sind sehr sehr happy damit wenn er nicht auf twitch am start seid macht das lieben gerne erster link in der video beschreibung ist bescheid von mir auf dem kanal kein abo und kein daumen da gelassen hat macht das lieben gern ich würde sagen wir labern gar nicht mehr lange drum rum oscar man die sind mit dem video auch in den youtube trends auf platz 9 richtig richtig stark viele haben schon gefragt auch wann eigentlich mal unsere room tour online kommt von unserem haus ist wenn man nur so eine leere hochgeladen auf sophias kanal aber werden das ja mittlerweile schon das ja ganz anders aus eingerichtet und pipapo wir warten noch auf eigentlich ein möbelstück wo ich sagen muss bin ein bisschen angepisst dass das lange dauert das erwarte ich tatsächlich habe ich vor über einem vor acht monaten habe ich das bestellt das wird wahrscheinlich dann auch bald kommen wenn das da ist dann kommt die rupture auch also ich hätte mal dass die hoffentlich in den nächsten monaten online kommt wir werden euch heute unser neues haus zeigen was wir uns heute gekauft haben also heute haben wir die schlüssel bekommen wir sind noch ganz aus dem häuschen es ist noch nicht alles fertig und jetzt kommt die erste haustour genau und ich wir sind im keller ist vielleicht nicht perfekt aber ich hoffe das geht noch also hier ist der fitnessraum auf jeden fall heftiger raum für home gym ich meine hier schon mal richtig geil eigentlich dass du das hier so in zwei areas unterteilen kannst hier hinten anscheinend scheint auch schon der vorbesitzer irgendwie trainiert zu haben weiß gar nicht wo das gerät her kommt was hinter oscar steht das ist ja super super viel platz also da schaut der radmetermäßig riesig aus sagt man sehr sehr geiles zustande kommt das video ist scheiße leise alter und auch weitere fitnessgeräte boxer und so weiter und dann gehen zu sein an morgen früh kommt die mal an die werden auch streichen also schaut nicht die wände die sind vielleicht nicht ganz sauber hier ist dann noch ein büro zu machen perfekter streamingraum büro wird auch oben in also du machst hier eher so einen gamingraum oder? also ich würde es feiern wenn er anfängt so zu gamen und zu streamen würde ich auf jeden fall fühlen das ist natürlich perfekt wenn du ein haus hast und dann so quasi dein eigenes lager unten hast hier ist der wäsche raum hier kommt waschmaschine trockner anschluss der jäger heftig und den heizkeller das highlight ist hier denn hier ist noch ein wäscheschacht was zeigst du denn der ist hier? ah ne der sagt ja der ist hier aber oscar da brauchst du mit den frauen nicht anfangen zu diskutieren wenn es um wäsche geht kletter mal rein dann sehen wir wo du raus kommst merkt euch das hier da kommen wir gleich darauf hin zurück nochmal erstmal gehen wir noch ein raum weiter und der ist hier hier ist eine toilette ganz unten überall bodenheizung auch im keller das heißt man könnte theoretisch hier auch leben und fünf badezimmer sind hier also bleibt dran das ist nur eins ganz klein für gäste oder so ja oder für nach der sauna denn wir können uns auch eine sauna einbauen lassen die ist noch nicht eingebaut aber die vorrichtung ist hier mit starkstrom ähm ja abonniert wir an den kanal wenn ihr sehen wollt ob wir uns hier in den sauna einbauen und schreibt in die kommentare ob wir das tun sollen wir werden direkt eine kalte dusche und dann geht es nach oben also das war's mit dem keller hier Schuhregal und so da passen meine Schuhe gar nicht rein kennt ihr das wenn Leute einfach Wände in anderen Farben streichen als weiß für mich gehören Wände im Haus weiß außer im Gym natürlich im Wohnzimmer ich mags weiß ich mags clean sauber und hell und wenn ich da irgendwo einziehen würde wo die Wände gelb gestrichen sind dann würde ich direkt Kotzen anfangen das ist der Eingangsbereich wundert euch nicht hier stehen noch ein paar Sachen Alter Digger was ist denn das für ein Haus dieser Stern hier auf dem Boden wilde Nummer holt gleich noch der Verkäufer vom Haus ab das haben sie nicht ganz geschafft ich würde sagen wir fangen jetzt mal im eigentlichen Büro an das ist dieser Raum versuch mal ein bisschen leiser zu reden weil sonst es halt ist okay wir fangen jetzt im eigentlichen Büro an das ist dieser Raum auch echt groß und wir haben auch schon Bürotische bestellt die kommen sogar schon am Wohnteil an das ist so ein schöner Raum um zu streamen nicht Spaß so ein Erdgeschoss neben dem Eingang Schreibtisch rein Rechnungen zu schreiben bisschen so Bürokram zu machen fühle ich auch mit diesem weißen Boden schön clean easy ich stelle es mir ein bisschen kalt vor muss ich sagen der Grund warum wir nicht aufs streichen warten weil demnächst schon die ganzen Kisten kommen die ganzen Möbel und wir wollten noch eine leere Rune machen für euch das hier ist der Raum wo ich glaube gestört kann man so ein bisschen erkennen also auf jeden Fall die Gegend schaut entspannt aus ich muss wirklich sagen bis jetzt heftig heftig am meisten aufhalten werden weil wir haben so schöne Möbel bestellt und wie heißt der Raum so ein geiles Sofa das Rotzimmer das musst du doch sagen und so ein riesen Esstisch haben wir bestellt und ihr wisst es ja ich liebe es zu kochen und ich liebe es für andere zu kochen und daran freue ich mich wirklich total hier am Esstisch zu sitzen mit ganz viel Essen drauf da kommt unser 85 Zoll Fernseher hin hier kommt die 4 Meter Couch hin ich habe mich lieber für den Beamer entschieden Team Beamer oder Team Fernseher was seid ihr und mein Highlight wirklich mein absolutes Highlight in dem Haus boah Küche Nummer 1 oh hier haben wir die Küche Nummer 1 also Leute wir sind jetzt hier bei Haus Nummer 1 von 10 Küche Nummer 1 von 100 ja noch sollen wir den hoch machen dass das heller wird ja wir haben so viel Platz hier also wir sehen hier schon mal LED Leisten ganz ganz wilde Nummer das heißt ich kann so viel Geschirr kaufen oh ne schau mal wir haben hier an alles gedacht hier ist LED hier oben ist ein cooles Licht das einzige was wir austauschen werden eventuell ist das hier weil für mich ist es perfekt aber für Oskar eventuell zu niedrig eine große Gerätruhe wer kennt es nicht oh mein Gott und einen großen Kühlschrank ich habe sogar 2 der geht weiter Küche Nummer 2 so eine Alltagsküche ist aber perfekt vor allem wenn man so schaut bei weitem nicht so schön aus wie die andere aber trotzdem immer noch absolut ok so Tortenback und dann kann man hier dann mal die Torte lagern kühl stellen das möchte ich nämlich öfter machen schaut da gerne auf meinem zweiten Kanal vorbei dort findet ihr meine Kochshores und Rezepte tschüss zwei Geschirrspüler zwei Geschirrspüler eins und der zweite ist da oder auch irgendwo da wir wissen selber noch nicht alles ja und hier haben wir eine Abstellkammer und hier wollen wir uns so ein cooles Segal holen von Ikea wo wir dann alles perfekt lagern können und alles richtig schön beschriften können also das lustige ist wir entdecken hier die ganze Zeit so neue Sachen die wir selber noch nicht kennen weil hier so an alles gedacht wurde an was wurde auch gedacht also wir geben kurz einen kleinen Blick auf unsere Terrasse hier werden wir dann grillen und haben auch schon Gartenmöbel bestellt ich würde gerne mal wissen was das für eine Himmelsausrichtung ist da Basketballfeld mehr möchten wir noch nicht zeigen da ist die Garage und da ist so ein Feld wo wir Basketball spielen und hier werden wir grillen und essen und so ok Terrasse macht eigentlich für mich immer nur finde ich einen süden Sinn wenn du sonst im Norden hast oder so im Schatten ist halt irgendwie fühle ich einfach nicht so sehr und ich meinte hier wurde an alles gedacht willst du das mal zeigen ja was auch gedacht wurde also hier gibt es ein ganz ganz langes soll ich es raus holen nein Rohr das ist Staubsauger Freunde aber ey da habe ich endlich mal einen Staubsauger für mein Loris für die ganze Etage das ist nur ein Rohr das ist nur ein Rohr jetzt passt mal auf dieses Rohr ja kommt hier rein und dann kann man einfach saugen hä und der Dreck von dem was man aufsaugt landet unten im Keller das ist einfach ein integrierter Staubsauger in diesem Haus muss man dann alle halbe Jahr lernen und auf jeder Etage gibt es sowas und sowas what the fuck ein integrierter Staubsauger im Haus Digger okay also dann wirst du halt nie so kabellos staubsaugen können aber scheiß drauf dafür musst du auch nie den Filter oder so wechseln so dass hier die Etage einzeln gesaugt werden kann wir brauchen keinen extra Staubsauger genau lang aber frei aber leicht aus nächste Badezimmer läuft so bist du durch mit deiner Etage ja und du darfst weiter machen jetzt darfst du das nächste Highlight zeigen okay es geht hoch es ist mir eine Ehre dieses Highlight zeigen zu schöne Treppe auf jeden Fall mit dem dunklen Holz das meine ich also dunkles Holz schaut schön aus hier haben wir äh eine ja mit Kamera so was wollen wir uns auch noch holen weil bei uns sieht man nicht wer vor der Tür steht das ist dann meistens nicht so geil deswegen schauen wir immer an der Seite durchs Fenster hier ähm wenn man schmutzige Wäsche hat von oben oder von hier kann man die hier reinschmeißen als ob und die landet dann da unten was wir uns angeschaut haben einfach hier im Treppenhaus hä? als ob ja wir sind im Treppenhaus Bro wie geil ist das denn okay gut jetzt habt ihr es in der Roomtour gezeigt aber das könnte man auch das heißt wenn Leute einbrechen du könntest das ist ja sick eigentlich so leicht gemacht ne so eine Schiene so ein Bild drüber du hast so einen Abwurfschacht da und wenn oben die Kinder oder so falls ihr welche mal bekommt hoffentlich bald schmeißen ihre Wäsche rein und Mandy macht dann unten die Arbeit mit dem Wäsche oder natürlich ich nein wir haben eine Haushaltshilfe oder die Haushaltshilfe okay Bad Nummer 3 so ähnlich wie hier unten aber mit Dusche genau hier ist noch eine Dusche Kinderbadezimmer ja okay gut klar wenn du irgendwann mal Kinder hast dann musst du natürlich ein bisschen vorausplanen wir haben bei uns ein Badezimmer hier unten im Keller das habe ich noch nie drin zum Baden benutzt ach scheiß sorry so Oskar hat hier gerade noch mal ein Badezimmer aber mit Dusche genau hier ist noch eine Dusche Kinderbadezimmer ja genau hier ist noch ein Kinderbadezimmer eventuell wollen wir dieses Paket auswechseln lassen genau jedes Kind hier in dem Haus durfte sich einen eigenen Boden aussuchen ja und der hier gewohnt hat war der jüngste glaube ich und der hat sich halt so einen Boden ausgesucht ähm wir würden das vielleicht auswechseln dass er zu den anderen Zimmern passt denn die schauen wir uns jetzt an was für ein Bodenbaden ist übrigens finde ich auch ganz wichtig wenn ich mir ein Haus kaufen würde ich weiß nicht ob ihr dazu daran glaubt oder ob euch das juckt oder nicht mehr wäre das ganz wichtig wer hat er davor drin gelebt was ist in dem Haus davor passiert ich hätte keinen Bock ein Haus zu kaufen wo sich davor einer umgebracht hat er hangen hat oder irgendwas oder was auf irgendeinem alten Friedhof oder so steht oder irgendwie sowas nennt mich aber gläubisch oder was auch immer wenn ich es immer aussuchen kann würde ich einfach nicht hinziehen hier falls wir ein Mädchen kriegen kommt die eher hier rein und der Junge da rein warum? weil das Mädchen hat dann ein eigenes Ankleidezimmer dazu komm ich gleich aber so ey Digga das ist einfach das ist Ankleidezimmer-Shaming vielleicht wollen Männer auch ein Ankleidezimmer haben Bro da oben ist überall oben ist auch noch anders aber der ist zum Beispiel schön aber der oben ist am schönsten ja das haben die alles drin gelassen also eigentlich ist das Haus leer aber wir haben den Verkäufer ein paar Sachen mit abgekauft da waren die ganz fair und haben Kleider zu ziehen wir haben uns auf einen guten Preis geeinigt das war auch mit dabei ähm Ankleidezimmer für ja das ist noch nicht das Schlafzimmer das kommt jetzt Alter ist das Haus riesig man passt schon jetzt eigentlich ein Haus riesig einfach in jeder Etage und hier ist der Anschluss WLAN unter Internetanschluss Abstellkammer und hier ist das Schlafzimmer und schaut mal was wir heute sogar machen lassen haben genau das wurde heute gemacht danke an Justin der das gemacht hat sieht echt gut aus damit noch Anthrazit gestrichen sonst alles weiß und blaues Bett das wird auch richtig cool aussehen also falls ihr die Roomtour mit Möbel sehen wollt abonniert gerne den Kanal das ist das Elternschlafzimmer nach oben ist noch ein Dachbuch Eltern? sind wir schon Eltern? das nennt man es und von hier aus kam man ins Elternbadezimmer das sagt man auch so und das sieht so aus das ist mit Gold ähm ja wir werden morgen und so auch noch putzen deswegen ist das Putzzeug noch hier das mit dem Gold fühle ich jetzt persönlich nicht so krass wir haben wir so ein bisschen so zu Oma mäßig erinnert mich immer so an alte Leute hier gerade in Münchner Süden oder so erinnert mich das irgendwie so Villaroy und Boch Porzellan und dann irgendwie so Polette haben und Bad was halt irgendwie so ist und Badewanne und noch alles eingerichtet wie gesagt die Fliesen sind echt zick und hier um die Ecke gehts dann noch vom Schlafzimmer Ankleidezimmer dann wahrscheinlich hier sind das los zu weil wir müssen gleich los ins Ankleidezimmer für Mandy und ich hier kommen Regale oder so wir müssen das wir uns noch überlegen Schränke Regale was wir hier hin machen das aber auf jeden Fall das wird ja scheiße viel Arbeit das alles aufzubauen und einzurichten für uns sprich die Eltern haben so einen eigenen Bereich aus Schlafzimmer Ankleidezimmer und Badezimmer auch nicht auch gut auch einen eigenen Bereich hat das zeigt Mandy euch jetzt Yes Okay dann gehen wir noch eine Etage weiter Ihr könnt euch nicht vorstellen wie glücklich wir sind am Sonntag ist schon der Umzug das heißt wenn ihr dieses Video seht kann es sein dass wir sogar hier dritt schon wohnen also abonniert gerne unsere anderen Kanäle denn hier kommt jeden Mittwoch ein Video online und bei den anderen Kanälen jeden Sonntag und Donnerstag ja genau das hier ist der Raum mit dem schönsten Boden meiner Meinung nach ja genau den wollen wir heute in jedem keine Ahnung also wenn ich jetzt Oscar Mandy wäre klar so Laminat scheint Laminat zu sein wenn ich schon so ein krasses Haus hätte dann würde ich mir einfach kein Laminat oder es gibt mir dabei auch es gibt auch guten also guten so künstlichen Boden der sehr ähnlich aussieht und sich anfühlt wie Holzboden aber vielleicht fühlen die auch Laminat mehr mein Ding das nicht ich würde mir dann die paar Euro in die Hand nehmen wenn ich schon so ein Haus für über eine Million kaufe dass ich mir dann da auch einen geilen Boden noch reinlege aber wenn die es feiern ist halt deutlich pflegeleichter mit Kindern muss man dazu sagen also hat vielleicht auch wieder so seine Vorteile Raum dann irgendwann nach und nach gleich machen damit es einheitlich ist und das hier ist so wenn die Kinder ausgewachsen sind so ein Raum aber gerade wird das unser Gästebereich sein denn es ist einfach so perfekt Gäste haben hier einen Schlafbereich oder können einfach mal chillen und zur Ruhe kommen das haben wir auch übernommen und heute gereinigt und unsere Gäste haben tatsächlich auch noch ein eigenes Badezimmer mit Dusche und hier ist einfach auch so viel Platz genau hier ist die Dusche und wir sind auch noch nicht am Ende angelangt ach so jetzt kommt noch das dritte Haus das war es auch fast schon 15 Minuten aber so schnell sind wir noch nie durch dieses Haus gelaufen also ich glaube unsere Haustour hat eine Stunde gedauert ja also Besichtigung meinst du ja in 15 Minuten sollten wir jetzt hinkriegen euch das Haus zu zeigen denn das ist schon das letzte die Treppe streichen wir vielleicht so in in weiß wahrscheinlich in der Farbe auch dass die ein bisschen besser dazu passt ja weil die ja so Holz auch verstehe ich nicht wieso die Vorbesitzer das der Farbe warum lässt man das in der Farbe und hier ist der letzte auch hier können die oh ich habe mich wirklich gestoßen die Gäste schlafen what the fuck da geht es nochmal hoch alter Gäste Schlafzimmer unten ist Gäste Wohnzimmer also da wo wir eben waren sozusagen dass die Gäste oder das Kind was schon am ältesten ist auch einen komplett eigenen Bereich hat euer Kind hat dann einfach eine komplett eigene Wohnung quasi gefühlt die Schränke sind auch richtig cool Indy hier passt einiges rein ja also Stauraum haben wir hier echt genug genau und das war es auch schon mit unserer Haustour ich muss sagen auf jeden Fall heftig heftiges Haus steht wahrscheinlich außer Frage also das ist wirklich ein ganz 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 krasses Haus GG zu dem Haus ja also ich schätze mal so ein Haus da bist du also locker locker mit einer Million dabei Minimum Ben 2 2 1 1 1 2 2 4 24 4 4 5